Geldcast, der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Canetsch, präsentiert von Swissinfo.ch Herzlich willkommen, liebe Geldcasterinnen und Geldcaster. Mir gegenüber sitzt ein mehrfach gewünschter Gast, Zeno Staub. Er war bis vor kurzem und während fast 13 Jahren CEO der Fontobel Bank. Fontobel ist einer der wichtigsten Player auf dem Schweizer Finanzplatz. Und heute spricht Zeno Staub im Geldcast erstmals seit seinem Rücktritt auf Ende 2023 über seine Karriere, seine politischen Pläne und über die Zukunft von Kryptowährungen. Ja, der vielleicht belesenste und intellektuellste Kopf der Schweizer Bankenszene. Herzlich willkommen im Geldcast, Zeno Staub. Ja, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Jetzt bin ich schon ein bisschen nervös. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Sie waren ja 20 Jahre lang tätig auf diesem Finanzplatz. 13 Jahre fast als CEO bei Fontobel. Also eine riesige Verantwortung haben Sie da getragen. Wie schafft man das, psychisch und auch körperlich, so lange an der Spitze zu sein, einer so wichtigen Bank? Also man schafft es nicht immer gleich, oder? Wenn man das ganze, ich hatte das Glück oder das Unglück oder einfach die Situation, dass ich sehr jungseher wurde, mit 41. Und je jünger man ist, viele von ihren Hörerinnen und Hörern werden es wissen, neigt man ja, Gott sei Dank hat es die Natur so eingerichtet, ein bisschen auch an Selbstüberschätzung. Also am Anfang fällt es einem, ehrlich gesagt, leichter, die Verantwortung zu tragen. Dann hilft einem auch der Körper noch. Mit der Zeit ist es so ein Wechselspiel, oder? Man gewinnt dann Erfahrung. Durch Erfahrung wird man effizient. Das ist einfach so, weil man Dinge schon gesehen hat. Man erkennt Muster, man erkennt Verhaltensweisen. Man hat sich auch Regeln zurechtgelegt, die funktionieren oder die eben nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite kommt natürlich dann die Phase, wo man einfach stärker darauf achten muss, dass der Körper sich nicht dem Geist in die Quere legt. Das heisst, man muss gesünder leben, man muss auf seine Ernährung achten. Es ist nicht wie Spitzensport, aber ein bisschen schon. Man muss einfach schauen, dass man die geistige Regheit und Verfügbarkeit behält. Sie haben von Regeln gesprochen, die funktionieren und die nicht funktionieren. Was funktioniert und was funktioniert nicht? Ja, vieles davon hat mit Menschen zu tun. Als CEO, sie führen ja nicht ein Unternehmen, sie führen Menschen. Und über die Menschen führen sie das Unternehmen. Das heisst, was ist wichtig im Umgang mit Menschen? Man muss eine gemeinsame Sicht auf die Realität haben. Wie schafft man das? Am Schluss ist alles Kommunikation. Beständige Kommunikation. Und Kommunikation heisst nicht senden, sondern Kommunikation heisst zuhören, versuchen zu verstehen, natürlich auch zu senden, weil man ja als CEO auch dafür da ist, die Agenda, wie man das so schön sagt, des Unternehmens zu formen, zu beeinflussen, zu gestalten, aber ja immer nur zusammen mit dem Team. Und von daher ist am Schluss der wichtigste Hebel der Umgang mit Menschen. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man mit 41 schon Chef ist einer Bank und Leute unter sich hat, die vielleicht 55, 60 sind, schon viel länger dabei sind. Wie schwierig war das für Sie? Das war eigentlich nie ein grosses Thema. Aber vielleicht hatte ich auch ein bisschen, oder meine Generation im Banking hatte das Glück, dass sehr viele strukturelle Veränderungen eigentlich gleichzeitig gekommen sind. Einerseits, wir alle in unserer Generation hatten das Glück, dass die Anfänge der digitalen Revolution, als ich mein erstes Praktikum in einer Bank gemacht habe, war ich als Student fast der Einzige, der überhaupt einen PC bekommen hat, weil ich einfach… Das war Mitte der 90er Jahre. Genau, weil es allen klar war, dass ein Student ohne PC nichts mehr zustande bringt. Dann kamen auch die Derivate, oder? In den 90er Jahren wurde die Sofix-Börse in der Schweiz eingeführt, also es kamen die ersten derivativen Instrumente. Die 90er Jahre waren in Europa, sicherlich in der Schweiz, auch der Zeit, in der alles das, was man heute unter Finanzmarkttheorie, unter Finance versteht, Modern Portfolio Theory, all diese Modelle kamen damals erst in die akademische Ausbildung. Also ein gemeinsames Grosswerden in der Bank, also unabhängig ein bisschen vom Alter, ganz spannend. Dann haben Sie das 20, 25 Jahre gemacht, und jetzt Ende 23 sind Sie ausgeschieden, als CEO bei der Fondhobel Bank. Wie war denn dieser letzte Tag, als Sie zum letzten Mal den Computer heruntergefahren haben, den Laptop zugemacht haben und da rausgelaufen sind? Also der letzte Tag war schon auch schwierig, weil man lässt ja auch Herzblut, und man unterordnet schon einen Teil seines Lebensentwurfs der Notwendigkeit des Unternehmens. Der letzte Tag war schwierig, aber ich hatte mich Gott sei Dank ja über Jahre damit auseinandergesetzt und wusste auch, dass am anderen Tag dann eben andere Vorteile auf einem warten. Was war speziell schwierig daran? Welcher Moment ist Ihnen geblieben? Ja, wenn Sie einfach das erste Mal dann in Sitzungen sitzen und Sie müssen die Diskussion ziehen lassen, oder? Weil Sie sind sich jahrelang gewöhnt, dass Sie, man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass der CEO ein Diktator ist, der alles alleine entscheidet. Er beeinflusst und moderiert die Diskussion und versucht aus seinem Team die besten Ideen und Argumente herauszuziehen und dann einen gemeinsamen Konsens zu formulieren. Ich habe das so gemacht. Und wenn Sie dann zum ersten Mal eigentlich die Diskussion laufen lassen müssen, obwohl Sie physisch noch im Raum sind, das ist schwierig. Abgeben mussten Sie. Und dann kam dieser erste Tag, an dem Sie diese Verantwortung nicht mehr getragen haben. Was haben Sie gemacht am ersten freien Tag? Ich habe am Morgen sofort das Mail aufgemacht und es war leer. Ja, das ist eine gute Erfahrung. Wahrscheinlich 25 Jahre vorher nicht so gehabt. Genau, und das war wirklich schön. Springen wir zurück an die Anfänge Ihrer Bankerkarriere. Sie sind ja etwas ein Spezialfall in der Schweizer Bankenszene. Ein Aussenseiter vielleicht, zumindest wenn man auf die Herkunft schaut. Sie sind aufgewachsen in den 70er und 80er Jahren im St. Galler Rheintal in einem katholischen Haushalt. Der Vater war abwärts. Die Mutter Hausfrau hat auch mitgeholfen. Sprechen wir über diesen jungen Zehner Straub. Was ist Ihre prägendste Erinnerung, die Sie haben aus Ihrer Kindheit? Dass ich nicht gut Fussball spielen konnte. Oh nein, hat sich das so eingebrannt? Nein, das ist einer der, wie soll ich sagen, im Leben muss man ja Glück haben. Nämlich man muss etwas finden, das man gerne tut, dann tut man es in der Regel mit der Zeit auch gut oder umgekehrt. Was kausal ist, weiss ich heute noch nicht. Aber etwas gerne machen und etwas gut machen hängt stark zusammen. Und ich hatte einfach das Glück, dass etwas vom Wenigen, das ich wirklich sehr gerne tue und das ich aber wirklich sehr schlecht mache, ist eben Fussballspiel. Was ich schon immer gern gemacht habe, ist Lesen, Inhalte aufsaugen. Ich war ein fanatischer Leser als Kind. Was haben Sie gelesen als Kind? Karl-Mai-Bände von 1971. Alles eigentlich, was mir unter die Finger kam. Die Bücher meiner älteren Geschwister, alles. Kommen wir noch aufs Lesen zurück. Ich finde das aber ganz spannend, dieses Rheintal. Ich lebe ja selbst auch mittlerweile in der Ostschweiz und da scheint man ja fast ein bisschen verrechtlich auf dieses Rheintal. Es gibt sogar Lieder, die das Rheintal besingen, wie das untergeht im Wasser und sich zu St. Galler darüber freuen und St. Gallerinnen. Was haben Sie damals in den 70er und 80er Jahren in diesem Rheintal mitbekommen von Ihren Eltern? Was für Werte? Also der prägendste Satz von meinem Vater, der mir geblieben ist, hat einmal zu mir gesagt, weisst du, es ist mir eigentlich egal, was du mal machst. Ich wäre einfach froh, dass das, was du machst, du würdest das dann gut machen. Eben nicht Fussball. Ja, einfach so diese auch, ja diese… War das schon auch Druck für Sie? Ja, es ist jetzt nicht Druck, erfolgreich zu sein, aber Druck, ernsthaft, heute würde man wahrscheinlich sagen professionell, ernsthaft etwas, eben das, was man macht, macht man richtig und sonst macht man es lieber nicht. Und was Sie dann richtig gemacht haben, ist studieren. Sie sind an die Hochschule St. Gallen gegangen, 1988 war das als 19-Jähriger. Ein bisschen eine neue Welt für Sie. Was ist das Prägendste aus dieser Zeit oder das Faszinierende, wenn Sie in das erste Semester denken? Das war früher, ich glaube, etwas, wo es unsere Generation wirklich einfacher hatte. Ich bin eigentlich erst an der HSG quasi mal dem globalen Wettbewerb begegnet. Heute begegnen ihm ja die Jungen auf Instagram oder auf dem Handy ab zwölf und das terrorisiert sie auch in vielen Fällen. Meine Peergruppe war ja einfach das Dorf und dann die Klasse und dann die Kanti, das war die Region und da war ich in der Regel dann schon irgendwo im oberen Viertel und dann ging man irgendwann an die HSG und ich kann mich noch erinnern, wir kamen da irgendwie zu dritt oder zu viert an mit dem Zug, irgendwie in den Skijacken und in den Jeans und dann waren die ersten zwei Bankreihen, waren bereits komplett besetzt. Alle mit Leuten in unserem Alter, aber Anzug, Einstecktuch, die jungen Damen im Döpjes damals, oder? Um Himmels Willen, wo sind wir hier? Und das waren einfach die Leute aus der ganzen Welt, die durch diese sogenannte, heute darf man das ja wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, durch die Ausländerprüfung durchmussten, Durchfallquote irgendwie 90 Prozent, oder? Aber die, die da aus Überzeugung und mit der festen Absicht, das sehr, sehr ernsthaft und erfolgreich zu machen, da an der HSG waren. Sie gingen in die Finanzbranche, haben dann zuerst in St. Gallen gearbeitet und dann ab 2001 bei der Fontobel in Zürich. Sie haben da viel miterlebt in diesen 25 Jahren als Banker auf dem Schweizer Finanzplatz, aber nicht nur das. Privat haben sie auch dann einiges gemacht in dieser Zeit, nämlich eine Familie gegründet. Sie haben zwei Töchter, 22 und 24 sind die im Moment. Wie haben sie das gemacht? 50, 60 Stunden und mehr die Wochen arbeiten und gleichzeitig eine Familie gründen, Kinder gross ziehen? Ja, das ist einer der Gründe, warum wir in der Stadt Zürich leben jetzt als Familie. Man muss sich einfach entscheiden, man kann nicht alles haben im Leben. Und wir haben uns einfach dafür entschieden, die Kinder in einem Umfeld gross zu ziehen, wo zwei berufstätige Eltern der Normalfall sind und nicht die Ausnahme. Wo es damals schon vor 25 Jahren gute und etablierte Strukturen für Tagesschulen gab, auch öffentliche Tagesschulen, das war uns wichtig. Und wo meine Frau und ich von den kurzen Wegen profitieren konnten. Also halt um halb sechs aus dem Büro rennen, die Kinder um 17.59 Uhr um 45 Sekunden in der Krippe abholen, nach Hause bringen, Nachtessen ins Bett bringen und dann den Laptop wieder aufklappen. Und dann nochmals arbeiten. Sie haben gesagt, es wäre Ihnen wichtig gewesen, die Kinder in eine öffentliche Schule zu schicken. Warum? Weil ich finde, immer noch die Qualität und eigentlich das öffentliche System stellt immer noch eine sehr, sehr gute Leistung her. Also die Kinder werden wirklich auch auf den anspruchsvollen akademischen Weg gut vorbereitet, wenn sie das denn wollen, beziehungsweise sie haben eine andere Option. Besser als private Schulen? Ich finde jetzt, ich habe das andere gar nie evaluiert, aber ich finde eigentlich schon. Und ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass das öffentliche Bildungssystem diese Leistung herstellt, weil es für Integration, eine inklusive Gesellschaft, eine Chancengerechtigkeit wichtig ist. Woran merken Sie heute, dass Ihre Töchter vielleicht anders sind als Sie, gerade auch, weil sie anders aufgewachsen sind? Also jeder Mensch ist ja anders, oder? Ich glaube, der grosse Unterschied ist einfach, dass sie eben über dieses seltsame Gerät von Anfang an eigentlich mit der globalen Welt konfrontiert sind. Sprechen das Handy an. Ja, oder? Und ich glaube, das ist einfach der ganz grosse Unterschied, dass die Welt für unsere Kinder sehr, sehr flach geworden ist. Vielleicht jetzt nicht mehr von der politischen Ausprägung, aber von der Durchlässigkeit der Informationen. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Und dann ist es sicherlich schon auch ein Unterschied, dass die heutige Generation stärker dafür kämpfen muss, eigentlich ein positives Zukunftsbild zu haben. Wie kommen Sie darauf? Wegen der Kriege, die wir haben im Moment? Wegen Klima? Oder was sind Ihre Gedanken da dahinter? Also schauen Sie, ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Oder ich geschenke meinen Kindern immer dieses Buch «Affektfulness» von Rosling. Oder die Welt war noch nie so gut für so viele Menschen gleichzeitig. Ich meine, der ärmste Südeuropäer hat die bessere medizinische Versorgung, als Queen Victoria hatte. Und trotzdem sorgen Sie sich? Ich sorge mich nicht, aber das ist der Konsens der Welt und das ist das, mit dem sich die junge Generation konfrontiert sieht. Und mir haben meine Eltern gesagt, du musst nur zur Schule gehen, du wirst es besser haben als ich. Mit «besser» einfach verkürzt. Ökonomisch besser. Und das ist heute ja nicht mehr, also man geht heute davon aus, heute ist der Konsens auch in den Medien, der das sei nicht mehr per se gegeben. Dann kommt natürlich das Umweltthema dazu, das glaube ich ein ernsthaftes ist, das man ernst nehmen muss. Und wo wir wahrscheinlich in unserer Generation zu wenig dafür getan haben. Mindestens haben wir bis heute keine griffigen Pläne, wie wir damit umgehen sollten. Und jetzt kommt natürlich völlig, oder wir, ich bin auch gross geworden, NATO-Doppelbeschluss, Nachrüstung, Pershing 2, Warschauer, das war ja noch normal. Haben wir damals einfach immer alle verdrängt. Und jetzt haben wir wieder plötzlich wieder, ja, Krieg in Europa, oder? Und ich glaube, das sind schon Dinge, die es schwieriger machen, heute jetzt einfach jeden Morgen gut gelaunt aufzustehen und positiv in die Zukunft zu schauen. Was man ja aber muss, sonst hält man es ja nicht aus. Ja, ich denke auch. Man muss eine gewisse Positivität sicher halten, sonst ist es tatsächlich schwierig. Ja, ich glaube, man hat schon gemerkt in diesen ersten Minuten unseres Gesprächs, es kommt immer wieder ein bisschen der Politiker-Zener-Staub in ihnen raus. Ich finde das auch extrem spannend. Sie sind ein politischer Mensch, Sie sind Mitglied bei der Mitte und für die sind Sie angetreten im letzten Herbst bei den Nationalratswahlen in Zürich. Gereicht hat das nicht? Weshalb? Ja, ich glaube, das war allen, den meisten Menschen ausser mir, schon recht lange klar, weil es ja dieses Konzept dieser Rumpelisten gibt, wo auch sehr bewusst eingesetzt wird, um eigentlich verschiedene Wählersegmente anzusprechen und einfach auch verschiedene Aspekte der Partei bewusst zu machen. Wir haben das über diese sogenannte AWG sehr bewusst gemacht. Wir kommen darauf, ja. Quasi eine Wirtschaftsliste innerhalb der Mitte. Ich habe mich da sehr gerne eingesetzt. Eben, man ist nicht frei von Selbstbewusstsein. Während dem Wahlkampf habe ich gedacht, ja, das mit den Unterlisten, diese Regeln sind für Hande. Wir schaffen das schon. Meine Frau hat mich zum Glück auf dem Boden behalten und hat gesagt, weisst du, Zener, schön, dass du dich einsetzt. Ich glaube nicht. Was haben Sie gelernt? Ja, ich habe wirklich gelernt, dass ich, mein Glaube an dieses System ist wirklich gestiegen, oder? Der Bürger, der sich politisch engagiert, ist in der Regel informiert, er denkt differenziert, er sucht nach Lösungen, er hat Gemeinsinn, also er versteht, dass er nicht nur sich selbst optimieren kann. Und ich habe auch Respekt gewonnen für die Leute in der Partei, die diese Arbeit, da gibt es Leute, die sind im vierten Wahlkampf, aber nicht als Kandidat, sondern im Aufstellen der wilden Plakate, oder? Und wenn man dann da so als Quereinsteiger reinläuft, dann kann man ja auch mal einen Beitrag leisten. Eine riesige Arbeit, die geleistet wird, da im Hintergrund natürlich. Was meinen Sie denn bei den nächsten Wahlen besser? 2027 sind die. Ja, 2027 ist noch weit weg. Und ich denke jetzt nicht nur von Wahlkampf zu Wahlkampf, sondern wir möchten uns ja da wirklich kontinuierlich einbringen und engagieren. Aus heutiger Sicht, ja, absolut. Ja, die Voraussetzungen hätten Sie ja. Sie sind Präsident der AWG Zürich. Sie haben das schon angesprochen. Niemand weiss, wofür das steht. Man muss ziemlich lange googeln, auch um diese Abkürzungen zu entschlüsseln. AWG, das ist die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft der Mitte. Man kann da auch lesen, wenn man das denn findet, einen Quote von Ihnen, wie Sie in den Wahlkampf eingestiegen sind. Ich möchte den kurz vorlesen. Gesellschaft ermöglicht Wirtschaft und umgekehrt. Dafür stehe ich. Das ist doch völlig inhaltsleer. Was bedeutet das? Nein, ich glaube nicht, dass es inhaltsleer ist, weil wir leben ja leider in einer Zeit, wo man versucht, diese beiden Aspekte gegeneinander auszuspielen. Oder wie oft hören Sie in den Medien oder in der politischen Diskussion, ja, das will ja nur die Wirtschaft. Jetzt zeigen Sie mir irgendjemanden, der nur Teil der Wirtschaft ist, aber nicht hier irgendwie gesellschaftlich als Bürger, als Einwohner, als Mensch auch verbunden ist. Den gibt es einfach nicht. Und umgekehrt gibt es es eben auch nicht, oder? Und wir wollten einfach diesen Gegensatz auflösen. Oder wir wollten auch dazu stehen, auch als wirtschaftlicher Akteur. Ohne die Lizenz der Gesellschaft machen Sie dann gar nichts, oder? Ist denn das angekommen? Haben die Leute das verstanden, was sie genau wollen mit diesem Slogan zum Beispiel? Ja, ich spüre eigentlich, wenn man mit den Leuten spricht, eine sehr große Akzeptanz und Offenheit für diesen Zusammenhang. Dass es eigentlich allen am Schluss klar ist, dass Wirtschaften nur im Rahmen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und am Schluss auch mit Unterstützung der Mehrheit dieser Gesellschaft funktioniert. Und umgekehrt ist es also fast jedem klar, dass man zuerst etwas erzeugen muss, bevor man es umverteilen kann. Das Geld muss zuerst verdient werden. Bleiben wir aber noch ein bisschen bei dieser AWG, dieser Arbeitsgemeinschaft, dieser Arbeitsgruppe innerhalb der Mitte. Ich kannte die vorher nicht, muss ich zugeben. Da habe ich mich gefragt, wann merken Sie denn als Präsident dieser AWG, dass sie auch tatsächlich Einfluss haben auf den wirtschaftspolitischen Kurs der Mitte? Ich glaube, das werden wir dann über die Zeit lernen, oder? Und wir sehen uns da auch bis zu einem gewissen Grad als parteiinterner Dienstleister, dass es uns gelingt, wirtschaftlich erfahrene Menschen, Leute mit wirtschaftlichem Hintergrund anzuziehen und sie dazu zu motivieren, sachliche Arbeit, Dossierarbeit im Rahmen des politischen Prozesses in der Schweiz zu machen. Können Sie uns ein Beispiel machen, wo Sie sich einbringen können, ganz konkret? Ja, ich glaube, wir werden eine Diskussion, die in unserer Branche sicher kommen wird. Wie wird sich die Schweiz weiter positionieren zum Thema internationale Sanktionen? Was werden die lehren? Jetzt gibt es nach der Übernahme der CS durch die UBS eine Lösung, die Stabilität gebracht hat, wird man über Too-Big-to-Fail-Regulierung nachdenken müssen. Es wird einen Too-Big-to-Fail-Bericht geben des Bundesrates. Es gibt wahrscheinlich einen der internationalen Verbände. Wir werden über die Konsequenzen davon reden. Es gibt die Puck, da werden Sachfragen auf den Tisch kommen. Es gibt in Europa neue Anläufe, wie man jetzt Nachhaltigkeitsthemen für Unternehmen regulieren soll. Da muss sich die Schweiz das überlegen. Es läuft viel, aber die Frage ist, wie bringen Sie sich ein? Nehmen Sie da einfach das Telefon in die Hand, rufen mal bei Karin Keller-Sutter an und sagen, hier ist die AWG Zürich, 10er Stab, ich komme draus mit Wirtschaft, können wir uns treffen? Nein, das funktioniert so. Die Schweiz ist ein Parteien- und Verbändestaat. Der politische Prozess funktioniert über Parteien und Verbände. Da gibt es etablierte Prozesse. Zum Beispiel in einer Partei gibt es diese Delegiertenversammlung. Und da muss man einfach hingehen und präsent sein. Jetzt die AWG im Kanton Zürich, das war schon immer so, die hat drei Sitze in dieser Delegiertenversammlung. Sprich, wir werden da hingehen, ich werde da hingehen. Und wenn wir jetzt das Gefühl haben, es gibt da wirtschaftspolitische Themen, zu denen wir eine relevante Meinung haben, dann werden wir uns versuchen, da einzubringen. Wir werden vielleicht auch eigene Stellungnahmen schreiben oder einige eigene Haltungen oder Positionspapiere veröffentlichen oder mal ein Sachthema aufgreifen und versuchen, Think Tank-artig ein Papier dazu zu schreiben. Was sind die Fakten, was sind die Varianten? Es ist eben das Bohren der harten Bretterpolitik. Es sind die kleinen Schritte, die man machen muss, diese Arbeiten im Hintergrund. Speziell finde ich an Ihnen, Sie sind in der Mitte, in dieser AWG, in der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn ich an Zürich denke, an Bankerinnen und Banker aus Zürich, das ist die erste Assoziation der Freisinn. Was macht die Mitte denn besser als der Freisinn? Nicht, ob wir alles besser machen oder was. Ich glaube, es geht auch… Aber etwas müssen Sie ja besser machen. Ja, also was mich überzeugt, sind letztlich diese drei Werte. Am Schluss ist es, schauen Sie, Politik ist ja ein dynamisches Thema, die Sachthemen ändern sich, die Herausforderungen ändern sich. Man kann das ja nicht irgendwie in 57 detaillierte strategische Inhalte runterbrechen. Am Schluss muss man von den Werten überzeugt sein. Ich bin ein sehr freiheitlicher Mensch. Ich glaube, wir alle wollen in einer freien Gesellschaft leben. Jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Das ist einer der Kernwerte, den wir vertrauen. Dann glaube ich aber stark daran, dass wenn man jemandem Freiheit gibt, muss er auch Verantwortung übernehmen. Zuerst einmal für sich selber und dann auch für das Gemeinwesen, das ihn trägt. Ohne das geht es nicht. Freiheit ohne Verantwortung verkommt einfach zum narzisstischen Individualismus. Und dann ist es nun einmal so, dass wir uns entschieden haben, uns in Nationalstaaten zu organisieren, die eigentlich von Ihnen und von mir zwischen 30 bis 50 Prozent unserer Wertschöpfung umverteilen. Für öffentliche Güter, für Ausbildung, für Infrastruktur, für Sicherheit, für sozialen Ausgleich. Das heisst, man muss bereit sein, ein vernünftiges Ausmass an Solidarität zu üben. Und das ist vielleicht der entscheidende Unterschied zum Freisinn. Die ersten zwei Punkte, denke ich, da sind Sie ziemlich nahe beim Freisinn. Sind Sie verglichen mit dem klassischen Freisinn eher pro Umverteilung? Ist es das, was Sie dann eher zur Mitte gezogen haben? Ich denke, dass die Bereitschaft zu gesellschaftlicher Solidarität sicherlich in der Mitte grösser ist. Ich denke auch, dass die Auseinandersetzung oder das Bewusstsein, dass wir eben letztlich eigenständige Wurzeln haben und wir uns nicht nur überlegen müssen, wie sind wir jetzt in einer globalen Wirtschaft, in einer flachen Weltordnung, die es ja sowieso nicht mehr gibt, wie sind wir da jetzt möglichst erfolgreich und möglichst effizient, sondern wie bleiben wir eben auch eigenständig, wie bleiben wir als Gesellschaft wertemässig, konkurrent, wie erhalten wir diese Willensnation, da sehe ich schon auch, obwohl, man muss ja zugeben, fairerweise die FDP, die moderne Schweiz 1848 gegründet hat. Sie waren aber auch involviert. Die Konservativen hatten ja auch ihre Rolle. Das lassen wir jetzt. Das ist schon lange her. Ja, dieses Fass öffnen wir nicht. Das war eine brutale Niederlage. Darf man heute vielleicht schon sagen. Aber natürlich die Lösung danach, wirklich jetzt typisch Schweiz, oder? Wie meinen Sie das? Ja, was man dann den Verlierern gegeben hat, oder? Stände mehr, also Ständerat, Stände mehr, Einbindung, kein Einheitsstaat, typisch Schweiz, oder? Also brillant. Man merkt, sie sind vielseitig interessiert, sie sind belesen, sie gelten auch als belesen und sie haben jetzt ganz verschiedene neue Projekte, sei es eben nicht mehr als CEO tätig, sie sind nicht mehr jeden Tag in die Bank, müssen sie sind Verwaltungsrat in verschiedenen Firmen und sie möchten jetzt auch Bücher schreiben, darunter ein Wirtschaftslehrbuch für die Matura-Stufe. Wie sind Sie darauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil wir sind ja alle durch dieses Bildungssystem und wenn man dann irgendwie auch noch eine Mittelschule absolvierte, kommt man ja bis zu Gedichten auf Französisch und anderen schönen Dingen. Wir beschäftigen uns eigentlich selten mit unserer Rahmenordnung. Wir sind aber alle stimmberechtigt, oder? Wir gehen alle abstimmen, und wir gestalten diesen gemeinsamen Lebensraum hier. Und dann, meine Kinder hatten dann diese Wirtschaftskunde, dann geht man da hin und dann, das war jetzt sicher ein bisschen anekdotisch, oder? Aber da gab es dann irgendwie, ich glaube in der Stunde, als ich gerade da war, war die spannende Frage, um wie viel die Nachfrage nach Fernseher zurückgeht, wenn der Preis um 10 Prozent steigt, oder? Micro 101. Komplett irrelevant, oder? Weil, ausser man will dann mal Mikroökonomie studieren, dann kann man das ja dann mal vertiefen, oder? Aber ich glaube, dass es ja eigentlich mal relevant wäre, über so Fragen nachzudenken, oder das Bewusstsein zu machen, was sind Eigentumsrechte, was ist ein Rechtsstaat, was sind die Kriterien eines Rechtsstaates, warum ist es, warum vielleicht ist die industrielle Revolution an einem Ort ausgebrochen, wo es eben ein Patentoffice gab, und nicht an einem anderen Ort, oder? Was würde es denn unsere Gesellschaft bringen, wenn wir Wirtschaft so unterrichten würden, wie es Ihnen vorschwebt? Ich glaube, es würde das Bewusstsein steigen, was für eine wunderbare Rahmenordnung wir hier haben, und weil wir ja alle, Gott sei Dank, abstimmungsberechtigt sind… Nicht ganz alle, die Schweizerinnen und Schweizer natürlich. Ja gut, aber man kann ja Schweizer oder Schweizerin werden, wenn man hier mitarbeiten oder mitgestalten will. Wir haben ja nicht irgendwie dieses Abstimmungsprinzip, es ist ja eine Willensnation, jeder darf. dann glaube ich, muss man sich mindestens quasi die reconnaissance de cause, oder dass man die Sachverhaltung, man kann ja nimmer noch politisch eine andere Meinung haben, aber dass man die Zusammenhänge und die Wirkungen kennt, das wäre eine Idee. Auch ein Teil dieses Buchs soll sein, das haben Sie mir vor dem Gespräch gesagt, das Währungssystem, auch darüber machen Sie sich gerne Gedanken, und Sie haben eine klare Meinung dazu, wie das weitergehen könnte mit unserem Geld, und da passiert ja ganz viel im Moment. Die US-Behörden haben erst kürzlich einen Bitcoin-Fonds zugelassen zum Handel, Sie aber sagen, Krypto, das wird sich nicht durchsetzen, was macht Sie da so sicher? Weil sich der Staat das Geldschöpfungsmonopol nicht nehmen lassen wird. Weshalb? Weil es ein unglaublicher Vorteil ist, das Geldschöpfungsmonopol zu haben, nicht nur für den Staat, sondern ich glaube, es senkt die Transaktionskosten für alle massiv, weil auch der Wohlstand, der damit generiert, oder ein Fiat-Geldsystem. Wie wir es heute haben, müssen wir vielleicht schnell sagen, Fiat-Geldsystem ist das, was wir heute haben, wir zahlen mit Bankguthaben, ganz einfach gesagt. Ja, und es entsteht, das ist das Einzige, was die Philosophen haben gesagt, nur Gott kann Creatio ex Nilo machen, das ist das, was dem wahrscheinlich am nächsten kommt. Es gibt eine Institution in Zürich und in Bern, die gibt farbiges Papier heraus, und wir alle messen dem einen Wert zu. Die schafft Franken aus dem Nichts. Genau. Und die Banken tun das ja übrigens auch, jedes Mal, wenn sie einen Kredit vergeben. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt quasi die Konzernbilanz der Schweiz erst, ist das ein massiver Leverage, den wir eigentlich im System haben. Und solange wir alle daran glauben, erlaubt uns das quasi ein, jetzt sehr einfach gesagt, ein grösseres Rad zu drehen. Und dieser Wohlfahrtseffekt, das ist einfach unglaublich wertvoll. Und jetzt leben wir ja Gott sei Dank in einem Ort mit einer streng unabhängigen Zentralbank, die bezüglich Inflationsbekämpfung einen hervorragenden Leistungsausweis hat. Sehr tiefe Inflation in der Schweiz ist nur auf 3,5% hochgegangen und ist im Mittelwert der letzten 20 Jahre bestimmt unter 2%. Ja, Sie haben gesagt, der Staat will sich dieses Geldschöpfungsmonopol nicht nehmen lassen. Da sind wir eigentlich beim Thema Regulierung. Wie hoch wäre denn der Bitcoin-Kurs, wenn die US-Behörden sagen würden, Bitcoin tauschen in US-Dollar, das ist ab morgen verboten. Null. Das ist genau der Punkt. Das finde ich eben auch extrem spannend, dass die Leute sagen, ja, der Bitcoin, der wird sich durchsetzen. Aber die Frage dann natürlich ist, wie gross ist das Risiko, dass es zu verboten kommt? Ich glaube, das Risiko ist nicht gross. Ich glaube, die US-Behörden haben sich entschieden, oder ich glaube, wenn wir über Bitcoin sprechen, oder ich glaube, man muss da immer wieder, es ist auch eines der Beispiele, wie verwöhnt wir sind und wie stark wir manchmal an unserer eurozentristischen oder schweizerischen Brille leiden, oder? Wenn man jetzt gesegnet ist mit dem Schweizer Franken und einem Sparger, oder Sie hatten wahrscheinlich noch nie Angst, dass Sie enteignet werden, oder? Nein, das hatte ich tatsächlich noch nie. Oder dass Sie auf die Bank gehen und Ihnen dann jemand sagt, oh, übrigens, den Franken gibt es nicht mehr, heisst jetzt Franklin und der Umwechslungsfaktor ist 1 zu 100. Hatten Sie auch noch nie Angst? Sie hatten auch noch nie Angst, dass jemand, falls Sie ein Schliessfach auf der Bank haben, das sind jemand, dass der Staat das aufmacht und die Goldfrenneli da rausnimmt. In allen anderen Ländern auf der Welt haben die Menschen das schon mal erlebt. Das ist vielleicht ein Grund für Kryptowährungen? Und wenn Sie jetzt Argentinier sind, dann ist der Bitcoin verlässlich, unabhängig, stabil, sicher. Weil Sie hatten in den letzten, ich weiss jetzt die Zahl nicht, aber in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich irgendwie 5 Währungsreformen, oder? Und da muss man einfach immer wieder ein bisschen bescheiden bleiben. Aber bis sich das in den etablierten Währungsmärkten der Welt, Dollar, Pfund, Euro, Yen, Schweizer Franken, als relevante Alternative etablieren wird, das halte ich für unwahrscheinlich. Und auch Central Bank Digital Currencies halten Sie für eher unwahrscheinlich, dass sich das schon bald in der breiten Bevölkerung als breit akzeptiertes Zahlmittel durchsetzen können? Und auch das … Da bin ich jetzt … Also ich glaube, ich sage einfach, es sollte sich nicht durchsetzen. Ich glaube aber, dass es kommen wird außerhalb der Schweiz. Genau, ich wollte das gerade sagen. Die EZP, die ist ja dran an einem digitalen Euro. Die will den bringen, eine Blockchain-basierte Währung für uns alle. Sie sagen, okay, es kommt. Wird es sich dann durchsetzen in der Eurozone? Werden die Leute in 10, 20 Jahren lieber mit digitalem Euro von der Zentralbank bezahlen, als mit ihrem Bankguthaben wie heute? Also schauen Sie, die nackte Wahrheit ist, eine Retail-CDBC ist das Ende der freien Welt. Oha, jetzt aber. Das ist eine steile These, die müssen Sie erklären. Oder in dem Moment, wo die Zentralbank Retail-CDBC zulässt und das so anbietet und so verpackt und so verzinst, dass es eine echte Alternative zum Sparguthaben ist, werden die Bürger logischerweise dahin gehen, weil sie das Gegenparteirisiko ausschliessen. Damit hebeln sie zuerst einmal, also was sie damit haben, ist, sie haben den hundertprozentigen politischen, staatlichen Einfluss in den Kreditvergabeprozess, weil sie den den Banken wegnehmen. Und sie haben den gläsernen Bürger in Extremis. Weil wir alle ein Konto in dreifachstform bei den Zentralbank hätten. Ja, es gab offenbar Experimente in China zum Beispiel mit Geld, das verfällt. Also während Corona, das wäre ja dann noch, da finden Sie jetzt ein paar Ökonomen von, müssen Sie nur Leuten anrufen, die an Modern Market, wie heißt das? Modern Monetary Theory. Ja, genau, die an Modern Monetary Theory glauben, die finden, dass es ein Wohlfahrtsfortschritt, dass man dann Helikoptergeld, wo man dann wahrscheinlich noch draufschreiben kann, in welche Güter man es umsetzen kann, dann je nach Land buy local, buy local first oder nicht bei Ladeneigentümern von einer gewissen Nationalität innerhalb der letzten 24 Monate oder schreckliche Dinge. Die kann man dann alle machen. Und darum muss ich sagen, habe ich sehr viel Respekt und sehr viel Dankbarkeit, dass das Direktorium unserer Nationalbank sagt, ja, wir machen das CDBC, gibt es auch schon, aber wir machen ihn nur als Wholesale-Format. Also nur zwischen den Banken. Genau, das heisst, der Bürger hat weiterhin sein Konto bei einer Bank und darauf gilt seine rechtliche Privatsphäre. Fakt aber ist auch, wenn wir CBDC hätten, Central Bank Digital Currencies, dann hätten wir wieder mehr Geldschöpfungsgewinne beim Staat, weniger bei den Banken. Da habe ich mich gefragt, spricht da vielleicht auch ein bisschen der Ex-Banker aus Ihnen heraus, der Wunsch, der Vater des Gedankens. Wollen Sie diese Geldschöpfungsgewinne möglichst bei den Banken halten? Also, von Tobel macht ja kein relevantes Kreditgeschäft, wir sind da entspannt, oder? Aber ich glaube einfach, schauen Sie, Zentralisierung ist nicht immer der überlegene Gedanke, oder? Wenn Sie das alles zentralisieren und die ganze Geldschöpfung an einem Ort haben, dann müssen Sie nachher auch die Kreditvergabe irgendwo dort haben, oder? Und warum sollten wir jetzt mit einem zentralen Entscheidungsorgan besser sein, als wenn wir 250 Banken haben, und da finanziert dann ab und zu die eine oder andere auch ein Unternehmen oder ein Immobilienprojekt, das hops geht. Aber das ist dann verbaubar, weil wir als Gesellschaft diversifiziert sind. Ich glaube, das nehmen wir gleich als Schlusswort. Zeno Staub, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Danke für die Einladung. Und danke auch Ihnen zu Hause, liebe Geldkasterinnen und Geldkaster, fürs Einschalten. Hören Sie auch gerne mal rein in die Börsenstrasse 15. Das ist mein Podcast mit Alexandra Janssen. Wir sprechen da unter anderem über die Argumente für, respektive gegen die 13. AV-Rente. Sie finden die Börsenstrasse 15 auf The Market und überall, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal vorbei auf meinem LinkedIn-Profil. Da läuft momentan einiges. Oder auf Swissinfo.ch Swissinfo präsentiert den Geldkast. Swissinfo ist das mehrsprachige und internationale Medienhaus der Schweiz. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, das ist der Geldkast mit Fabio Canetsch. Geldkast, der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Canetsch. Präsentiert von Swissinfo.ch Wir Noen. Wir Noen. Vielen Dank.